Gar nicht, Chicken! Gar nicht! Uh, das macht so'n Wall-Jump-Spaß! Ich seh schon, ich seh schon! Yay! 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 Ich sollte auch hingucken, wo ich springe. Mal einfach alles an! Das wollte ich schon immer mal machen! Auch Glados anpainten! So, jetzt kann ich dann wenigstens nicht mehr runterfallen, hoffentlich. Noch höher kann ich nicht. Darum ist der Exit. Kann ich überhaupt so weit springen? Holy moly! Der Paintgun, schieß mal schneller! Wir haben keine Zeit, wir müssen alles einsperben! Eigentlich müsste ich auch das, äh... Ne? Dieses, äh... Durchsichtige Gel bekommen! Und dann das Gel wieder wegmache! Weißes Gel macht ja keinen Sinn! Das ist ja die Totale! Äh, ergibt keinen Sinn, Chicken! Er gibt keinen Sinn! Jaaa! Ach! Verdammtes Deutsch! Vor allem heißt das ja im Englischen That makes no sense! Wortwörtlich übersetzt, das macht keinen Sinn! Ihr hättet einfach nur Wortwörtlich übersetzen wollen, die Leutchen! Ihr hättet einfach nur Wortwörtlich übersetzen wollen, die Leutchen! Ja, Portal-2-Physix, BTF! Gut, dass ich von da noch alles weiß! Einfach alles blau färben! Nur weil ich es kann! Geil! Okay! Nur dahin spritzen, wo es wirklich notwendig ist, Chicken! Nur dahin spritzen, wo es wirklich notwendig ist! Aber ich spritze doch so gerne! Geil mir weiter in die nächste Kammer! Also ich hab jetzt schon meinen Irrenspaß! Sagte sie jetzt noch und dann kommen die tödlichen Fallen! Im Idealfall, na super! 16 Testkammern! Jetzt nur für das blaue Gehen oder... Allgemein! Bisschen Sorge macht mir dieses Symbol da! Ist das was zum Zerquetschen? Nicht zerquetscht! Oh! Krotzanalyse! Unter mir ist wieder so ne tödliche Schluck! Springen! Springen! Das heißt nicht automatisch! Ah! Volljump! Was sie von mir verlangt! Ich muss hier abspringen dagegen und einem selben Gegenwinkel zack da auf der Plattform landen! Uhuhuhu! Schick, schick! Winkelberechnung! Was bist du? Muss ich mir Sorgen machen? Ja, checken! Das musst du! Das wird dich töten! Normalerweise sind doch aber rote Leser dafür verantwortlich, mich zu töten! Oder wie? Ah! 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 Wer weiß das schon! Das sah irgendwie knapp aus! Egal! Alles sieht knapp aus! Wenn man mir sowas in die Hand drückt! Aber was ist eigentlich dieses Naser-Ding, Vieh? Ach! So eine Verbindung für... Damit der Strahl da runter geht! Um irgendwas zu aktivieren! Warum genau willst du das aktivieren? Ach so, das ist da gerade ein bisschen zu knapp mit da vorne! Du gehst da hoch! Dann soll ich da irgendwie springen! Geronimo! Das... Äh... Zu weit! Eck! Jetzt muss ich jetzt mal mit dem... Ah, doch ein Gehl! Du musst auf die andere Seite zurückgegern! Nein! Erwarte nicht, dass du solche Sprünge schaffst! Das geht nicht! Das ist eh nicht egal! So! Weg to the other side of the room! Yay! Yay! Ja! Du bist doch bestimmt auch sowas wie GLaDOS dann hinterher und... Ja! Aber wenn er sagt... Was mit seinen Beinen dann... Du willst aber jetzt nicht noch den Test die Gegnasten rausreißen! Ich meine, GLaDOS muss nicht so Buchen verarbeiten! Und... Dann fangen wir an... ...und... 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 Das hat mich gerade an einen gewissen Part von Portal erinnert! Zwei! Wo wir dann außerhalb... ...der normalen Teststrecken rumgelaufen sind... ...bei den... ...bei diesen alten Teststrecken! Wo äh... ...ne? Mit GLaDOSPHEL! we will be back yeah im in space ding obwohl war das der orangene der die ganze zeit einem in space gerufen hat oder die lange da war für zuständig um glas unter kontrolle zu halten damit sie nicht ja damit sie nicht dieses neuro top 10 freisetzt gut lach gut lach wo soll ich überhaupt hin da oben brauche ich irgendeine sorge nicht zu weit nicht zu weit was machst du was machst du was machst du es aktivierte irgendwelche tödliche fallen oh wie zum arbeiten kann ich nicht voll spritzen wahrscheinlich nicht aber hey was soll's ähm muss ich jetzt mit dem würfel da oben hin oder was sehr gut ha du bist der exit du bist für den exit nicht weil kann ich hier nochmal irgendwo hin zu rück springen dies und doch kann ich ja nicht sprengen den top chicken ist das geräusch das der laser da macht äh wie haben die sich das vorgestellt ah da hinten wird dann noch mehr zeig mir genau was du machst dann werden die plattformen ausgefahren ha 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 ja wenn ich dann da oben stehe müsste ich dann wahrscheinlich den Kurs irgendwo da runter fallen lassen oder ganz andere reicht der sprung überhaupt wieder hoch zu kommen ja gut reicht nicht dass ich da gefangen wäre das wäre ein bisschen schlecht schlecht ey das war auch schlecht in die falsche Richter zu bringen Ah, checkt du nur für Sachen. Ich weiß es nicht. Ich bin das mit Portalen gewöhnt und nicht mit den Farben. Obwohl habe ich mich nicht eigentlich in Portal 2 darüber beschwert, dass es nur so wenig mit den Farben zu tun gab. Hier hast du jetzt eine ganze Welt voller Farben, also nutz es aus. Man muss einen Knopf. Aber der Sprung wird da nicht reichen. Außerdem kann ich da hinten keine Suppe hin. Wie komme ich da hoch, ist die Frage. Das ist eine gute Frage, auf die wir keine Antwort wissen. Nee, so weit weg kann man keinen Jump Wall machen, oder? Ja, auf das Gebäude rauf. In Portalen wäre das alles viel einfacher. Machen wir einfach einen Error. Was passiert, wenn ich Ringe? Wo komme ich dann hier raus? Sollte ich vielleicht dann nicht auf dem Gel speichern? Shiften. Shiften. Moment, nicht zu früh. Ab. Sprengs. Egal. Okay, nirgendwo hin. In die Suppe nur. Ist ja voll die Falle, ey. Voll die Falle. Nein, nein, im Ernst, warum soll ich hier hinwollen? Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Hier jumpe? Da raste ich irgendwo an die Wand. Irgendwo. Das wird doch niemals funktionieren! Aber... Eigentlich von da nach da und an... Reicht das schon eigentlich aus? Ich kann mir das mit den Gehlen nie vorstellen. Mit Portalen ist das alles viel einfacher. Jetzt müsste ich hier irgendwo landen, oder? Sekunde. Das ist doch bestimmt hier nicht umsonst, dass es gut gefahren ist.